so weiter geht's heute mit breakfast und ich hab auch ein bisschen twisted chaos so gehen wir rein mit dem venom fahren wir heute ok hier Ah, ein kleines Turnier heute mal zum Beginn, okay. Dann haben wir heute tatsächlich, ich war zu meinem Abschluss noch eine kleine etwas längere Folge. Also drei Runden stehen heute an. Ach, geh mir nicht auf. Er hat es jetzt. Der eine hebt mich auf und erhebt mich aus und der andere, der heute wollte ich aber alles nicht wissen. Ja, die, also gefühlt worden ist jetzt heute, ich weiß, wollen sie mich jetzt unbedingt mit aller Gewalt raus haben, ob ich mir. Jetzt sind wir zumindest mal schon mal 6. So, komische Kombi, der geht einem so tierisch auf den Sack, weil die gerade, weil der gefühlt, glaube ich, alles raus schießt aus dem Rennen. Jetzt weiter. So, letzte Runde. Es geht ja hier wirklich rein, nur um es, äh, um es weiterkommen. Nicht mal um es zerstört, sondern wirklich nur rein damit dazu, in die nächste Runde einzuziehen. Ja, ich habe kaputte Reifen vorne drin, jetzt ist es halt. Und wir holen uns diesen ersten Lauf. Wir holen uns diesen ersten Lauf. Und stehen damit im Halbfinale. Weiter geht's mit dem Finale. Ähm, mit dem, weiter geht's mit dem Halbfinale. So rum ist es richtig und nicht viel im Finale. Ja, alles gut. So rum ist es. So, weiter geht's. Ach ja, ist ja gut. Habt sich da schön reingeflogen. Hau dir mich auch noch ein ganzes Hau, damit ich weiterkomme. Komme her, mein Freund. Ich hoffe, dass ich... Wie gesagt, haben sie gerade... Haben sie jetzt ein bisschen auf mich abgesehen, hier. Und den Heavy-Baker, den habe ich schon mal gehabt. Der hat es immer noch nicht verdaut, wirklich, dass er... Dass er das Kopf-An-Kopf-Duell gegen mich nicht gewinnen konnte. Ich habe mit dir, mein Freund. Das war jetzt ein bewusster Schlag gegen ihn. Ich hoffe, dass er jetzt damit rausfliegt. So, jetzt die Runde. Und dann wären wir am Finale. Ja, da bin ich ziemlich beschissen aufgekommen. Und das, der mich da trocken war, war jetzt einfach nur... Ja, aber jetzt müssen wir schon wieder ran damit. So, das Ding geht an uns. Gewinnen. Gewonnen. Ah, das ist leider weiter als Sechster. So, letzte Rennen. Na, 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 let's go. Und jetzt sind es über 6 Runden. Das war eigentlich schon fast zu erwarten. Ja, da habe ich rausgenommen. Damit war jetzt die ein oder andere Runde gut gefahren. Und zwar vorbei am Looping. So, jetzt sind wir schon in Runde 2. Aber ich gehe die Lupe mitgenommen. Jetzt kann man mitnehmen. Jetzt haut es mal keiner von der Seite weg. Runde 3. Ja, es geht eigentlich relativ schnell. Das ist ja das da vorne. Kann das sein? Der zieht mich eben gerade ein bisschen ab. Wir haben jetzt ja gerade auf den Sack gegangen ist. Schade, ich dachte, ich hätte nicht mitgenommen. Ach, schade. Wir sind gerade ziemlich deutlich weg vorne. Wir sind gerade auf den Sack gegangen. Wir gehen jetzt gleich an die letzte Runde. Wir gehen jetzt gleich an die letzte Runde. Da wollte ich gerade schön mal noch ein mitnehmen. Und wir gehen jetzt mal noch ein bisschen konzentrieren. Da habe ich gerade nichts gesagt. Und wir gewinnen dieses Turnier sehr souverän. Mit drei Siegen verstehen wir da durch. Wobei das erste Rennen das am Schreckendste war. Aber danach hat es wunderbar funktioniert. Das ist unser kleiner Best-Friend. Oh, sie verabschiedet auf Platz 19 am Ende. Naja. So ist das halt manchmal, wenn man sich da mit mir anlegt. Wobei die anderen das gemacht haben, wie ich. So, damit haben wir die Punkte erreicht. Die Wagen, die es sollten. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Sind wir jetzt mit Werkfest durch? Oder wie sieht das aus? Die Jahrhundert war es aber abgeschlossen. Ich befürchte, du hast die Karriere abgeschlossen. Damit sind wir durch mit Werkfest. Oh, schade. Ich dachte, wir hätten noch ein paar mehr Rennen gehabt. Damit sind wir eigentlich dann tatsächlich durch. Ja, schade. Ich hätte eigentlich noch ein bisschen was gerne gemacht. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes für ein Projekt angehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge an. Und vielleicht morgen schon. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich hätte vielleicht mal auf Neustadt mit Need for Speed Heat. Mal gucken. Wir sehen uns dann um 5 Uhr wieder. Und schauen einfach mal, was es dann gibt. Bis dahin. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.